Kedos ist es, Kedos ist es. Ich nehm doch gar nicht auf, Moment. Gut. Kedos ist es. Danke. Auf, auf, jetzt nehm ich auch. Ich bin's gar nicht, Leute, was... Ey, jedes Mal, ja? Jedes Mal. Willkommen zurück zu Trouble in Terroristown. Du musst dir jetzt auch noch eine Anmoderation machen, okay. Leute, wenn wir Kedos leben haben. Ne, ne, übernehmen wir natürlich nicht. Höh? Manu, das war ja gerade eben noch keine richtige Runde. Ich hab einfach als... Ich hab gegen die Wand geschossen. Ich bin bei Osap, ne? Wenn ich tot bin und nicht mehr reden sollte, dann bin ich einfach ruhig. Ich bin bei Debitor. Der will mich, glaub ich, töten. Ich bin Detective. Ich weiß. Drum let's play, drum let's play. Hä? Ich bin, ich bin sexy. Ja? Na klar. Dem... Nein! So. Hab Manu getötet. Und Debitor ist auch tot. War's das dann jetzt? Ne, oder? So. Und jetzt hab ich auch fertig gegessen. Oh. Ah, das ist grad... Oh, ja, da hat jemand drauf geschossen. Nein! Wer bist du? Kedos! Oh, meine Bombe wär explodiert. Also die Map gab es auch mal mit weniger Gras, oder? Ja, ich glaub... Ich glaub schon. Das ist ne modifizierte Version, eigentlich. Ja. Ich fand die alte besser. Doch, schön. Nein, ich find die schöne. Ich find das auch hilfreich. Ich find die auch schön. Du musst ja Dario auch mal jetzt mal zustimmen. Ich wollte gar nicht loslegen, ne? Solange du dir nach unten guckst. Ich hab nur losgelegt, weil meine Bombe da war und dann Peter, die hätte sehen können. Oh. Hauptsache, Manu beschuldigt seinen Kollegen. Ja, klar, weil's ja offensichtlich war dann. Ja, ja. Oh. Boing. Ja, Manu ist immer so, ne? Ist ja, der... Der Teamplayer. Alter, Demiko, guck mal, wir spawnen immer nebeneinander. Krass. Cheater. Hey, du wirst du aus wie mein Lieblingsspiel. Spiel mit der Minecraft. Ich war ja ein Trailer. Es hat mich nur geärgert, weil ich halt wirklich nichts gemacht hab. Deswegen hast du mich nur geärgert. Minecraft ist dein Lieblingsspiel. Hahaha. So, willkommen zum neuen Projekt. Minecraft. TTT. Skyro. TTTro. 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 Aber ich werd angeschossen. Ich bin's nicht. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich bin's immer noch nicht. Keine Ahnung, war ein Rücken. Wo war Zombiel? Wo war Zombiel, ja. Ja, gute Frage. In nem braunen Haus. Alles braun. Alles braun. Ja, keine Ahnung. Oh. Mein Mörder, mein Mörder ist auch scheinbar verschwunden. Ist ein Trailer-Tester? Ich bin Detector. Es war bestimmt Holly. Ähm, Mo, komm mal runter. Nö. Hier sind, äh, Dingens-Tester. Wo ist Tom, Holly? Wohl, komm raus. Mr. Mo, in dem Haus, wo du gerade drin bist, wurde ich angeschossen. Hä? Wo bist du? Irgendjemand hat hier in diesem Haus drin geschossen. Vor dir. Ich hab gerade auf Sand geschossen. Ich verstehe das. Wo? Hä? Holly? Komm, komm. Er wollte mich gerade umbringen. Durchs Fenster. Alter, ich erschüsse, seh aber keinen. Wo seid ihr bitte? Ah, hier. Was zeigst du? Herr Ursaft. Kann man sich damit verbrennen? Achtung. Soll man das sehen? Soll man das sehen? Wo dauert das aus? Wo dauert das aus? Wo dauert das aus? Was? Wo dauert das aus? Ich hab nur so miteinander geredet. Äh, an die Traitor. Da unten. Hier. Hier unten ist irgendwas, was ihr bestimmt aktivieren könnt. Ich weiß auch nicht was. Aha. Viel besser. Dankeschön. Ich hab's schon probiert. Da ist nix. Lass wir die Abfahrt halten. Jetzt zerstör sie. Alter, da kommt Blut aus dem Creeper. Guck. Blut. Der blutet. Ah ja. Wenn ich ihn anschiesse, dann seh ich's. Oh, du schießt. Na, Spaß. Wo seid ihr? Ah, hier. Hallo. Die Map ist so groß. Ja, äh, Traitor. Könnt ihr mal bitte mit zum, ähm... Man kann auch bestimmt hier den Redstone irgendwie aktivieren. Ja gut, dann gehen einfach alle hin. Das ist ein Traitor-Tester wahrscheinlich. Ja komm, ich würd's gern sehen. Ne, 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 ne. Können alle gleich trotzdem mit dem Traitor das auch machen? Weil der, äh, weil ich hier nix aktivieren kann. Gar nicht. Ja Traitor komm, wir gehen zusammen in dieses Ding. Nein, lass einen rein. Können wir mal aktivieren und gucken ob da was geht. Das wird bestimmt ein Traitor-Tester sein. Drück mal auf den Knopf. Ich kann nicht. Hab ich schon. Es passiert nichts. Hä? Es macht dann so ein Verweigerungsgeroll. Aber das ist auch ein Creeper. Das ist ein Creeper-Kopf und ein Villager-Kopf. Also ein Spielerkopf. Ich denk das ist ein Traitor-Tester. Der Detective vielleicht. Mordrück du mal. Ja, aber das wär doch bescheuert. Innen drin zu stehen und drücken zu müssen. So, der Knopf piept nur. Hä? Muss man das vielleicht auch irgendwie erst aktivieren. Guck mal, hier sind drei Redstone-Torches. Vielleicht müssen die erst leuten. Ach so. Hm. Ach stimmt. Vielleicht muss man drei Schalter in der Map verteilt drücken und dann ist der Traitor-Tester an. Ich auch. Ich auch. Beziehungsweise, ich hab in dem... Äh. Ja, ich beobachte dich. Hinter euch schießen. Hinter euch schießen Leute sich doch geschossen. Ja, ich weiß, hab ich gerade auch mitbekommen. Gut, die beiden hier sind Traitor. Ich bin's nicht. Wieso? Hey, 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 hey. Ohne Scheiß. Ich würde gern wissen, ob deine Leiche ist. Warte, ich töte Holly. Ich bin's nicht. Ich bin's auch nicht. Ich bin's 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 nicht. Ja, warum haben wir nicht geschossen? Ja, weil ich mir dachte, hä? So behindert können die doch nicht sein. Wir wollten das ausprobieren. Die waren ineinander. Manu, Manu, Manu. Komm mal wieder rein. Komm mal wieder rein. Komm mal wieder rein. Wer mich ein. Hallo. Mach zu. Das ist echt wichtig. Hab ich einen auf dem Kopf? Ja. Ich hab den Hut aus der letzten Schmühlen genommen, weil ich Detektiv war und den in der Hand, also Detektiv-Hood und den... Ja. Da ist aber die Zelle, wo man fliegen kann. Ist das nicht cool? Oh, warte, ich will rausfinden. Ist der drin? Oh Gott, da, ich hab keine Ahnung. Du bist die coolste aus dem ganzen Gero. Vision Break, okay Manu? Okay. Ihr seid jetzt grad be- ach so okay. Ich dachte, ihr werdet grad beide in dem einen Raum. Ja, ich will mit ihm. Da rein, komm. Mister Mohr wurde überfahren. Nicht schießen. Gürst du, bin. Achtung. Ja, ich bleib mit dich. Ich will nicht wissen, dass wir ausgebrochen sind. Ich hab das Bett verschoben. Ich deck eure Flucht. Bist du Traitor? Ja, jetzt tötet euch gegenseitig. Ja, ich dachte mir schon. Alter, ich bin fast überfahren. Du gehst rechts dann, du gehst die andere Richtung. Nein, da wurde ich dir selbst mal bis hin gebracht. Wir können nur eins von uns verfolgen, Manu. Äh, die fliegen alle gerade, ne? Ja, ja. Hey, ja klar, ich bin auch reingegangen und hab direkt gewachsen. Nicht hier. Ich hab voll Angst vor der Straße auf einmal. Warum nur? Das war doch deine Absicht vorhin, oder? Ich wollte drüber hüpfen. Achso. So, jetzt ist die Straße safe. Moor, äh, Osaft! Okay, Moor und Osaft. Ne, Moor ist los, Osaft. Ne, Osaft, Osaft, Osaft. Ich hab ihn gerade gesehen, wie Manuel hergelaufen ist. Das heißt... Delay ist es wahrscheinlich auch. Das ist Tobi, sorry, sorry, der war ja unten. Der war ja unten, der war ja unten. Entschuldigung, ich geh schon, ich geh schon. Osaft war ja unten. Und Zombey ist es eigentlich auch wahrscheinlich, also... Nein, es ist Osaft, also es weiß nicht, ob Zombey ist. Ja, der Delay, wenn du es nicht bist, ist es auch noch Zombey, das ist schon klar. Ach. Warum bist du es nicht? Ja, Manu ist tot, dann sind sie beiden. Ja, unten ist Zombey, Zombey ist alles unten, alles unten. Also zumindest war Osaft gerade unten und Zombey ist noch unten. Puh. Oh shit, sagte er, als sie gestorben ist. Durch nicht meine Schrotflinte. Äh. Äh. Ist das Delay jetzt tot? Äh. Jo. Und du auch gleich. Nein. Oh. Du hast, ich war nicht mal in meinem Bild und ich war einfach tot. Ja. Äh. Das ist mein Wallhack. Tss. Was machst du da? Okay. Äh. Äh. Meine Waffe war der. Osaft, wo hältst du dich so derzeit auf? Er hat sich verlaufen. Der kleine, süße Osaft. Der kleine, arme Osaft. Ach, hi, Modado. Oh Gott, ich treff. Was hat das Ding für ein Rückstoß? Oh ne. Bleib draußen. Anklopfen, anklopfen. Ja, okay. Und warten, dass ich dich reinlass. Also ich hör kein Klopfen. Er hat geklopft. Ich hab geklopft. Ich hör das nicht. Ich hab geklopft. Ist da noch ne Türklingel? Klopf, klopf. Klopf, klopf. Wer ist da? Äh. Maudado LP ist da. Oh ne, das kann ja nicht sein. Das ist jetzt irgendwie ein Knick in der Matrix. Ich brech gleich die Tür auf. Kann die kaputt gehen? Okay, warte, ich mach auf. Okay. Okay, schubsch mich, schubsch mich. Los. Einmal. Nö, jetzt nicht mehr. Oh Mann. Du hast ihn einfach voll hinlassen. Ja. Wird er angeklopft. Ja, seine Schrotflinte ist leer. Er geht in Deckung. Schrotflinte braucht 100 Jahre zum Nachladen. Osaft ignoriert. Klopft erstmal an der Tür. Du musst gewinnen, Osaft. Du hast keinen Spaß an dem Spiel. Ich seh jetzt erst die ganzen Fluchtfläche. Ach so, nur gewinnen macht Spaß? Ja. Das war doch lustig. Nein, nur gewinnen macht Spaß. Nur gewinnen. Oh, da wollte er mir nen Headshot geben. Ja. Ich hab's versucht, Maudado. Ich war voll freundlich zu Delay und dann auf einmal, hey Jumbo ist auch getötet. Er tötet. Lässt mich durch, bitte. Sag mal. Oh, du kannst mich auch. Oh nein. Boah. Alter, ich hab Schaden gekriegt durch dich. Ich auch, ja. Oh, Mannu. Ich bin Detektiv. Oh Mannu. 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 Ich hab schon wieder Schaden gekriegt. Oh, nicht in die Ecken. Nicht in die Ecken. Boah. Komm lieber mit. Boah. Boah. Der Map ist voll cool. Der hat so viele Gänge und alles. Ist so cool zum erkunden allein schon, während man spielt. Alter, was ist hier los? Da hinten war auch irgendwie so ein Schiff gewerft, oder? So. Äh. Könnt ihr heute die Leichen identifizieren? Von den Leuten, die sie umgebracht haben? Ich weiß nicht. Wir leben jetzt noch. Ich lebe noch. Und wir noch. Oh. Oh. Mh. Mh. Mr. Moore schießt auf mich. Mr. Moore's Traitor. Ich springe über ein Auto. Nein, du schaffst. Oh. 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 Ich hab's nicht gesehen. Okay. Ich halte ihn mit dem Magnetostick ansonsten auf. Oh nein. Okay. Sobald das Auto kommt ja nicht gerade los. Ich bin da nicht drüber gesprungen, ne? Muss man Ducksprung machen? Ja. Ich denke schon. Häh? Yes! Oh, er hat's richtig cool überlebt. Oh, er ist gestorben. Ich hab ne Galil! Er hat ne Galil auf den Boden, auf den Boden! Löff sie weg! Löff sie weg! Auf den Boden, auf den Boden! Sag mal, sind hier nur solche... Okay! On the floor! On the floor! Er ist da. Er ist wieder aufgehoben! Er ist wieder aufgehoben! Weg damit! Ich glaube ja nicht, dass es eigentlich Trimper ist. Lass die Galil da liegen! Er hat die Galil aufgenommen! I'm alive! Nein, das ist der Shotgun! Okay, okay, okay. Ruhig! Hast du schon die Leiche untersucht? Ja, er war Inno. Drückt ab. Warte, ich rette ihn. Ich rette ihn, okay? Ist er durch ein Auto gestorben? Rette ihn. Rette ihn. Ja! In dem Pool mit ihm. Er wollte bestimmt noch mal spielen. Ne, ne, ne. Ich bin grad beim Pool. Ich mach nichts warten. Ich trage ihn zum Pool. Ich trage ihn zum Pool. Bist du nett, Maldado? Ja. Komm, machen wir eine Sehbestattung. Passt! Nein, hör auf! Am besten nicht sterben! Der Stuhl. Der Stuhl ist das Boot. Okay. Leg den Stuhl ins Wasser. Moor, wo bist du? Doch, das ist ne gute Engine. Moor, wo bist du? Ja, ich wurde ins Wasser geschopst. Moor, Game! Ah, ich bin in der Mitte. Der Stuhl ist wie seine Seele zerbrochen, als er das Auto in die Schrauben hat. Oh, ich brauche mal Muni für die Waffe. Jetzt geh ich grade zum Pool. Hast du noch ne Feuerwaffe, um den anzuzünden für ne Sehbestattung? Ich such grad Muni. Ich komm sofort. Das ist ne extrem schöne Idee zu mir. Aber ich glaub hier ist keine. Wer ist da gestorben oder wer hat wen angeballert? Das wär gestorben, ja. Oh Gott. Manu, ganz ruhig. Verlier nicht die Nerven, Manu. Okay, verliere nicht die Nerven. Manu und Modano war Traitor. Dari, schieß mich an! Da! Hä? Manu hat mich geschossen grade. Achtung, Achtung! Manu ist hier! Ja, was glaubst du für'n Stuss? Manu ist da hinten. Er hat mich geschossen. Nein. Ah, du hast auf mich geschossen! Gar nicht. Alter, ihr ahnt grad nicht wie cool diese Map ist. Oh Mann, du hast dich wegteleportiert. Das ist ja jetzt ne dreiste Lüge. Oh! 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 Oh!